Die beiden einzigen Menschen, die mir mit ihrer Anwesenheit eine Winzigkeit Genugtuung verschaffen würden, bringen es fertig, einen da umzubringen. Ich bin wirklich der Gelackmehrte. Scheiße! Mein Freund Serge hat sich ein Bild gekauft an sein Beiß. Der Untergrund ist weiß. Und wenn man die Augen zusammenkneift, kann man feine weiße Querstreifen erkennen. Gefällt's dir? Ach ja, ja, sinnfällig, sinnfällig, ja. Und irgendwie... Magnetisch! Spürst du da keine Vibration? Ein bisschen schon, ja. Nein, nein, du müsstest mittags kommen. Also die Vibration der Monochromie, die spürt man nicht bei künstlichem Licht. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass du dieses Bild auch richtig magst. Ich bin dir nicht böse, dass du mit Paula zusammen willst. Du hast auch keinen Grund, mir deswegen böse zu sein. Diese Farben sprechen dich nicht an. Es gibt keine Farben! Du siehst sie nicht! Und sie sprechen dich auch nicht an! Sag mal, wer bist du denn, Mark? Dass du uns dein Gesetz aufzwingen willst. Ein Mensch, der nichts mag, der alle Welt verachtet. Der seine Ehre da reinsetzt, kein Mensch seiner Zeit zu sein. Aber soll das denn heißen, ein Mensch seiner Zeit zu sein? Schau, ich gehe. Wo willst du ihn? Ich gehe. Ich sehe nicht ein, dass ich eure Launen entfange. Nein! Schau, ich gehe. Musik 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 Musik